Liebe Grüße hier auf den Samstag heute. Schaut mal, was ich gerade wieder am Zaubern bin. Oh, guckt mal. Wir haben hier gerade, was sind das? 120, 130 Grad knapp. Guckt mal, köstlich. Köstlich, Rippchen am Smoken, am Schmoren. Wie geil ist das denn? Die lassen wir uns gleich schmecken.